Hallo, heute erzähle ich euch etwas zu dem Geigerzähler, wie er funktioniert und was er anzeigt. Der Geigerzähler ist ein Nachweisgerät für ionisierende Strahlung. Er erbringt einen guten Nachweis von Alpha- und Beta-Strahlung, jedoch nur Gammastrahlung zu einem kleinen Teilnachweis wahr. Das Zählrohr ist meist an einen Digitalzähler oder einen Lautsprecher angeschlossen. Der Geigerzähler wurde 1928 von Walter Müller und Hans Geiger entwickelt. Was ist radioaktive Strahlung? Radioaktive Stoffe enthalten Radionuklide. Sie besitzen einen instabilen Atomkern, welcher spontan zerfällt. Dabei wird energiereiche ionisierende Strahlung abgegeben. Es gibt verschiedene Strahlungsarten, zum einen die Alpha-Strahlung. Bei der Alpha-Strahlung handelt es sich um eine Teilchenstrahlung. Die Teilchen bestehen aus zwei Protonen und zwei Neutronen. Diese Teilchen werden stark abgebremst von der Materie und haben daher eine sehr geringe Reichweite. Die Abgabe der Energie erfolgt jedoch auf kurzer Distanz, woraus eine starke Gewebeschädigung folgen kann. Als Beispiel haben wir Radium-224, wandelt sich in Radium-220 und ein Alpha-Strahlungsteilchen um. Bei der Beta-Strahlung gibt es einmal die Beta-Minus- und die Beta-Plus-Strahlung. Bei der Beta-Minus-Strahlung sind die Strahlungsteilchen negativ geladen. Ein Neutron wandelt sich in ein Proton, ein Elektron und ein Neutrino um. Das Elektron, welches das Beta-Minus-Teilchen darstellt, verlässt den Kern. Diese Teilchen haben eine geringe Reichweite von 5 bis 10 Metern. Bei der Beta-Plus-Strahlung handelt es sich auch um eine Teilchenstrahlung, wo die Teilchen jedoch positiv geladen sind. Ein Proton wandelt sich in ein Neutron um, wobei ein Positron und ein Neutrino entsteht. Das Positron hat dieselbe Eigenschaft wie das Elektron bei der Beta-Minus-Strahlung. Auch hier ist eine geringe Reichweite von 5 bis 10 Metern vorhanden. Als Beispiel lässt sich hier Natrium-22 nennen, welches sich in Neon-22 und ein Beta-Plus-Strahlungsteilchen umwandelt. Zuletzt gibt es noch die Gamma-Strahlung, welches eine elektromagnetische Strahlung ist, welche entsteht bei der Rückkehr in einen weniger angeregten Zustand. Diese Strahlung ist elektrisch neutral geladen. Sie hat eine unendliche Reichweite, wodurch eine Abschirmung nicht möglich ist, nur eine Abschwächung. Als Beispiel lässt sich hier Barium-137 nennen, welches sich in Barium-137 und Gamma-Strahlung umwandelt. Der Gagezähler hat als zentrales Bauteil eine Metallröhre, welche mit Edelgas befüllt ist. Diese stellt die Kathode dar. Edelgas wird als Füllung verwendet, da diese keine Elektronen abfangen und das Ergebnis verfälschen. An zentraler Achse in der Röhre ist ein Wolframmdraht. Dieser wird als Anode bzw. Zeldraht verwendet. Zwischen Anode und Kathode liegt eine Spannung an. Durch die eintrittende ionisierende Strahlung werden Elektronen von den Gasatomen abgespalten. Aufgrund der hohen Spannung bewegt jedes einfallende Teilchen eine selbstständige Gasentladung. Dies bedeutet, dass jedes Elektron mindestens ein weiteres Elektron löst, bevor es die Anode erreicht. Dies nennt man auch den Kaskadeneffekt. Die Elektronen wandern zum Pluspol und müssen dabei einen großen Widerstand überwinden oder durch ein Zählgerät fließen. Dieses zählt dann die Stromimpulse, welche als Counts per Minutes dargestellt werden. Als erstes wird hier die Hintergrundstrahlung gemessen, denn es gibt natürliche Strahlung, die immer vorhanden ist. Darunter zählen sowohl die kosmische als auch die terrestrische Strahlung. Die kosmische liegt bei ca. 0,3 bis 1 mSv pro Jahr, umgerechnet ca. 0,11 µSv pro Stunde. Das Gerät nimmt eine Zählrate auf und setzt diese in Relation mit der Dosis. Dafür verwendet das Gerät bestimmte vordefinierte Faktoren. Die Messung ergibt hier 19 Counts per Minutes, so 0,12 µSv pro Stunde. Ein Count wird durch ein Knacken und ein LED-Licht symbolisiert. Das Uranglas ist ein Glas, welches Uranoxide enthält, wodurch die grün-gelbliche Färbung verursacht wird. Früher im 19. Jahrhundert wurde dies in großen Mengen produziert. Die Strahlung ist jedoch sehr gering, eine Gefahr für die Gesundheit besteht deshalb nicht. Uranoxid ist in der Glasmasse gebunden und kann nicht so leicht herausgelöst werden. Die Messung ergibt hier 57 Counts per Minutes, umgerechnet in 0,25 µSv pro Stunde. Also ca. das Zweifache der Hintergrundstrahlung.